Ha 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 Wenn ich im Fernsehen die Rentengewinne von Frapa sah, dachte ich jedes Mal, auch ich kann Glück haben, wenn ich die Chance bekomme. Dann kam der Brief von Frapa. Ich habe angerufen und gewonnen. Tausend Euro jeden Monat. Zehn Jahre lang. Ein tolles Gefühl. Und jetzt gibt es Familiennachzug. Tausend Flüchtlinge. Jeden Monat. Zehn Jahre lang. Ein tolles Gefühl. Achso, das war die Frapa-Werbung. Scheiße. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, diese Scheiß-Werbung geht mir nicht aus dem Kopf. Na. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss.